Unter Föhring, die ProSieben-Erfolgs-Show The Masked Singer geht in die neunte Staffel. Das ist bisher zur Sendung bekannt. Fans der Rateshow können Ende des Jahres wieder mitfiebern. Am 18. November startet die neue Staffel von The Masked Singer. Jeden Samstag treten dann wieder Promis in aufwendigen Kostümen auf die Bühne und versuchen ihre Identität so lange wie möglich geheim zu halten. Wie viele Masken diesmal dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Auch aus dem neuen Rate-Team macht der Sender bisher noch ein Geheimnis. Sicher ist allerdings, dass Matthias Obdenhövel, 53, wieder die Moderation übernehmen wird. Zuletzt hatte Luca Henni, 29, als der Schuhschnabel die achte Staffel der Gesangsshow gewonnen. Wer in seine Fußstapfen treten wird, sehen die Zuschauer ab dem 18. November 2023 immer samstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Join. Und jetzt zum nächsten Mal, was der Spiegel стоит.